Europa will sicherstellen, dass Unternehmen Arbeitsrecht und Umweltvorschriften in der gesamten Lieferkette einhalten. Nach wochenlanger Ungewissheit stimmten die EU-Mitgliedstaaten am Freitag für ein bahnbrechendes neues Gesetz, das auch als Sorgfaltspflicht bekannt ist. Das war gar nicht so einfach. Bereits im Dezember war der Deal unter Dach und Fach, aber einige Länder wie Deutschland und Italien wollten den Text nicht endgültig verabschieden. Die Einigung am Freitag kam zustande, nachdem der Text abgeschwächt worden war. Aus dem Text wurden auch die Bestimmungen zur zivilrechtlichen Haftung gestrichen, die es den Gewerkschaften ermöglicht hätten, nicht konforme Unternehmen zu verklagen. Trotz alledem gibt es nach Ansicht von Experten noch immer Grund zum Feiern. We denounce the fact that Member States have tried all of the dirty games in the book to try and cut as many companies out of scope, because we really do believe that the criteria set out by the original compromise were fair and feasible for companies. But this doesn't mean that there is nothing to celebrate for tonight. For once, this legislation is an unprecedented global precedent, because it's the first legislation in the world that actually sets the legal expectation I was referring to, that actually says companies are expected not to harm human rights, and that is the law of the land. Die Mitgliedstaaten haben nun zwei Jahre Zeit, das Gesetz umzusetzen. In der Zwischenzeit müssen sich die Unternehmen ihrerseits auch auf die neuen Regeln vorbereiten. Die Bibelgeschichte haben nun zwei Jahre Zeit umzusetzen. In der Zwischenzeit sind sie und die Zischen-Zeit, das Gesetz umzusetzen. In der Zwischenzeit muss er das Gesetz umzusetzen. In der Zwischenzeit ... ... ...